Kiro, Kiro101 Heute melde ich mich mit einem kleinen Rundgang durch 100 Jahre Nürnberger Volkfest der Ausstellung 2019 Nachdem ich mein Video durch das Volkfest von Nürnberg 2019 im Frühling festgedreht habe habe ich diese Ausstellung hier entdeckt und möchte sie euch natürlich nicht vorenthalten Hier erst einmal eine Ansammlung von alten Konzertorgeln und alten Schausteller-Zugmaschinen ... die Straße aus Gobierno Kiro, 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 Kiro Diese Maage spielt gerade ... ... .... ... ... Musik Andreas Nenningers Original Kasperle Theater Musik 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 Weitere Schausteller Zugmaschinen Musik 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 Der Kindersportkarossell 1949 von Ilse Schmitz Musik Junken ars Musik 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 Weitere Konzertorgel. Das weitere alte Kinderkarussell. Und Nürnberger Bratbosch-Kløkkel. Von GLS. Mit Biergarten. Mit Biergarten. Mit Biergarten. Mit Biergarten. Mit Biergarten. Und schau die Bedeutung. Der hat sich die Ohren weggehalten. Schock! Wollen wir alle noch kurz reinschauen, wenn wir dran sind? Das dauert noch kurz. Das ist schön. Die Kamera ist schön. Das war's für heute. Okay, das war der Rundgang zur 100 Jahre Nürnberger Zeugfest, der kleinen Ausstellung mit alten Fahrgeschäften und Konzertorgens 2019. Weitere Rundgänge und Videos findet ihr wie immer auf meinem Kanal in YouTube bei Kito.1 oder besucht mich auf Facebook. Ebenfalls ein Kito.1. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Harkido 881.